Hallo zusammen, heute möchte ich euch einen kleinen Trick zeigen, wie ihr bei den neuen DDR5 Systemen die Bootzeit deutlich beschleunigen könnt. Nach dem Einschalten müssen wir die Entferntaste spammen oder drücken. Wenn wir im BIOS sind, dann drücken wir einmal F7, um in den erweiterten Modus zu kommen. Da gehen wir auf AI Tweaker und DRAM Timing Control. Bei DRAM Timing Control gehen wir jetzt runter und aktivieren diesen Punkt, der steht normalerweise auf Auto und diesen setzen wir auf Enable, denn geht auch der obere automatisch auf Enable. Jetzt ganz einfach Exit und Save Settings und OK drücken. Das war's schon. Jetzt startet der Rechner neu und das in einer deutlich schnelleren Zeit, wie wir das eigentlich von DDR4 gewohnt sind.